Ja, guten Abend. Es ist ein Event-Rerun tatsächlich, denn... Ja, Kunin Iki. Ähm, basically, Leuten aufs Maul hauen. Ihr spricht mit dem Dude und dann wählt ihr eure Charaktere aus. Ne, ganz viele verschiedene Kombinationen. Die sind aber auch jede Runde anders, also könnt ihr nicht immer das Gleiche fahren. Und dann gibt ihr den Viechern einfach aufs Maul. Praktisch. Oben eure Alpha-Anzeige wird immer höher. Desto höher die ist, desto mehr Punkte kriegt ihr. Und desto stärkere Angriffe macht ihr auch. Ne, beziehungsweise eure Verstärkungen, die ihr ausgewählt habt, sind dann stärker. Und das macht ihr ungefähr vier Minuten lang. Und dann kriegt ihr am Ende dafür Punkte. Und für diese Punkte dann am Ende könnt ihr euch ne Pepsi aufmachen. Aber, ihr seht es hier, zack, Platin wunderschön. Für diese Punkte dann kriegt ihr natürlich Sachen. Ne, 6x70 Urgestein, not bad. Ein bisschen was für den Erlebnispass, also ne schnelle kleine Sache, um einfach ein bisschen voranzukommen mit diesem Patch-Cycle. Und das war's auch. Pepsi, Ahoi, bye-bye.